Also ich mach mich ja wahnsinnig gerne zum Affen. Wahnsinnig gerne. Ja, das sieht man und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Schauspielerin Sophia Tomala verbrachte einen Tag hinter den Kulissen von Disneys Musical Tarzan. Im Stage-Apollo-Theater in Stuttgart machte sie sich in der Affenrolle schon mal ganz gut. Mit Tarzan-Hauptdarsteller Gianmarcos Chiaretti soll es dann als Jane schließlich auch noch hoch hinausgehen. Aber erstmal wird geübt. Ich habe ein bisschen Höhenangst und wenn ich irgendwie die Kontrolle über mich verliere und ich dieser Situation ausgeliefert bin, werde ich schnell panisch. Aber ich hoffe, das wird alles gut. Die Geräusche sprechen für sich, aber letztendlich scheint es Sophia dann doch Spaß zu machen. Es war super anstrengend, aber es ist nicht so wirklich körperlich anstrengend, dass man dafür eine Kondition braucht, sondern es ist diese Last auf den Knochen und auf dem Körper und dann musst du so dein eigenes Gewicht auch ein bisschen tragen. Es drückt dir auch alles ein bisschen auf die Lunge und das ist anstrengend. Und dann ist es soweit. Auf dem Schoß von Gianmarco alias Tarzan schwebt die Schauspielerin durch die Luft. Das ist eine super Jane und ich warte auf sie für dich schon. Siehste, ein guter Affe bin ich schon, wie man vorhin gesehen hat. Vielleicht bin ich auch eine gute Jane.